sohalleute ich bin's wieder mal euer grandwallout hier heute wieder ein neues video ein mini stack auf shadows of evil habe ich heute für euch alles was er für benötigt ist eine sniper dann geht ihr zu den docks mit der sniper ihr seht ja wo ich genau mein schaut dort oben in richtung der burg in richtung des fensters des fensters und dann seht ihr für kurzen mit richtung auf dem bildschirm ihr seht gleich was ich mein danke fürs einschalten wir sehen uns im nächsten video auch schon wieder haut rein euer grandwallout